Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Als Kind habe ich mich immer gefragt, warum die Gummibärenbande so durch den Wald titscht. Und konnte mir damals nicht so richtig vorstellen, dass es an diesem komischen Gummibär liegen soll. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Jetzt nach der Sichtung von Kokainbär habe ich die Befürchtung, dass die guten Disney-Bären vielleicht auf Koks waren. Was hältst du von dieser Theorie, Schlöcker? Gutes Intro, das gefällt mir. Vielleicht, im Gummibärensaft war dann vielleicht einfach ein bisschen Koks drin. Könnte sein. Ja, vielleicht. Wir sind hier was auf der Spur. Damit hallo, herzlich willkommen zu unserer Besprechung von Kokainbär, dem neuen Film von Darstellerin und Regisseurin Elisabeth Banks, der ab dem 13. April in den deutschen Kinos zu sehen ist. Wir beide haben ihn schon sehen können und werden jetzt ein bisschen drüber schnacken. Bevor wir das aber tun, muss eine Sache geklärt werden, nämlich zum einen Kinder. Finger weg von Drogen. Es ist böse und es macht keinen Spaß. Und zweitens müssen wir auch noch sagen, worum geht es denn in Kokainbär? Und so viel kann gesagt werden, es geht um einen kokainsüchtigen Bären, oder? Ja, und da können wir auch gleich noch sagen, liebe Bären, auch Finger weg von Drogen, bitte. Definitiv. Ja, worum geht es? Machen wir es kurz. Ein Drogenkurier, der ist ein bisschen auf Droge, wer hätte es gedacht, und schmeißt ein paar Pakete Kokain über die Wälder von Georgia raus. Und ein Schwarzbär findet dieses, ja, weiße Gold und vergreift sich daran und es verwandelt einen ansonsten eher harmlosen Schwarzbär in eine mörderische Bestie, die auf der Suche ist nach dem nächsten Kokain-Kick. Und dazwischen gibt es noch ein paar menschliche Figuren, die entweder von dem Bär Reiß ausnehmen müssen oder von ihm vertilgt werden. Ich glaube, so kann man ganz grob Kokainbären zusammenfassen oder fällt dir noch irgendetwas ein, was ich vergessen habe? Also die einen, die vor ihm Ausreiß nehmen müssen, die anderen, die von ihm vertilgt werden und die, die ihn suchen, weil sie eben ihre Drogen gerne wiederhaben möchten. Stimmt, das habe ich vergessen, genau. Also haben wir es hier gleich mit mehreren Teams zu tun. Kurz zur Erklärung, das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte, allerdings wurde diese wahre Geschichte ein bisschen für den Film zurechtgestutzt und wenn ich sage ein bisschen zurechtgestutzt, dann ja im Prinzip ist dieser Film zu 99 Prozent erstunken und erlogen. Was wohl wirklich passiert ist, 1985 hat ein Drogenkurier wirklich einen Teil seiner Ladung verloren und ein Schwarzbär hat es gefunden, hat das Drogenzeug vertilgt und was ist passiert? Er ist gestorben und das wohl relativ elendig und schnell und dieser Schwarzbär wurde dann gefunden und ist jetzt ausgestopft in einem Museum in Kentucky zu sehen und diente jetzt eben als, ich nenne es mal, Inspiration für den Kokainbär. War dir diese Geschichte geläufig? Also ich hatte eine richtig gute Quelle für, dass er gestorben ist und zwar haben das zwei Menschen nach dem Kino gesagt. Habe ich gedacht, interessant, die haben bestimmt Ahnung. Ich hoffe, ich wusste nicht, dass der Bär ausgestopft ist. Ich hoffe, die haben den dann mit so einer weißen Linie unter der Schnauze dahingestellt. Tatsächlich, auf Wikipedia kann man das Bild von diesem Exemplar sehen und sie haben ihn mit seinen Hut aufgesetzt und ich bin jetzt kein Bären-Experte. Die tragen sonst keine Hüte. Genau, ich meinte, dass der Bär, zumindest auf dem Bild, relativ klein aussah. Der muss wohl auch nur so, Gott, ich glaube, waren es 180 oder nur 80 Kilo gewogen. Ich glaube, 180 Kilo. Und ich muss sagen, dass der Bär jetzt im Kokainbär, also der wirkte schon massiver. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte, weder was Bären noch was Drogen angeht. Ja, ich leider auch nicht, da kann ich jetzt auch nichts zu beitragen. Ich habe auch das Foto nicht gesehen, muss ich mir gleich mal angucken. Es ist ja anscheinend wichtig, dass er einen Hut trägt. Im Film trägt er keinen Hut übrigens. Achtung, Spoiler, ja. Oh nein. Ja, okay. Gut, also, Kokainbär. Seien wir ehrlich, der Film ist in aller Munde oder war in aller Munde in den USA, also jetzt schon ein paar Wochen im Kino. Und es ist ein Film, du hörst den Titel und du weißt, was dich erwartet. Oder hast du jetzt irgendwie nicht das bekommen, was du erwartet hast, als du dich jetzt gesehen hast? Ja, stimmt, wenn du von Titel redest, ist es wahrscheinlich sowas wie Sharknado oder so oder Sharktopus, keine Ahnung, wo man sich dann denkt, okay, das ist ein geiler Titel, deswegen gucke ich mir den Film an. So trashig ist der Film natürlich nicht. Der ist schon ein bisschen hochwertiger, auch Elizabeth Banks, die macht bestimmt keine Schrottfilme, so wie jetzt Sharknado, die nur vom Titel leben können. Ich hab nicht wahnsinnig viel erwartet, ich bin da relativ erwartungslos reingegangen und das, da war schon in Ordnung dafür dann, für diese Nicht-Erwartung. Ja, ich hatte mich gefreut auf den Film. Ich fand den oder die Trailer ganz, ganz spaßig, ich fand die Prämisse war nett. Elizabeth Banks hat Pitch Perfect 2 davor gedreht, der hat mir nichts dazu gesagt, aber ich fand schon den ersten nicht so geil. Und ihr Reboot von Drei Engel für Charlie fand ich jetzt auch nicht so pralle, aber mit dem Film dachte ich so, ja, da wird sie bestimmt was sehr spaßiges zusammenschustern. Und dann habe ich ihn gesehen und er ist ja sehr kurz, ich glaube nach 90 Minuten ist er zu Ende. Wie früher? Wie früher, ja, Ältere erinnern sich noch, damals als auch der Eismann im Kino war vor dem Film, ach, das waren noch Zeiten, aber egal. Ja, du wolltest sagen, genau. Ich war irgendwie ein bisschen ernüchtert, nicht enttäuscht, mehr so ernüchtert. Irgendwie hat der Film Momente, in denen er wirklich freidreht, in denen er so dem Wahnsinn eine Bühne bietet. Das sind aber immer die Momente, in denen der Bär halt auftaucht. Wenn die Menschen aber im Fokus stehen, ist es bei mir meistens so gewesen, dass ich es eher ein bisschen, ja, öde fand. Wie war es bei dir? Ja, ich habe ja vorhin behauptet, ich hätte keine Erwartung gehabt, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich finde, der Film hat diese Balance zwischen super trashig und macht was draus, aber ein bisschen höherer Qualität, das hat er nicht erreicht. Also er war nicht krass trashig und hat für mich dieses Thema Kokainbär nicht so ganz ausgeschlachtet. Du sagst, du fandst die Szenen mit dem Menschen langweilig, die fand ich irgendwie nicht langweilig. Ich finde, die fand ich dann auch interessant. Ich mochte, dass wir diese verschiedenen Grüppchen haben, die dann in den Wald gehen. Das hat mir irgendwie gut gefallen, auch die Dynamik dann dazwischen. Aber das war dann wieder nicht dieses Trashige, was man vielleicht von einem Kokainbärfilm erwartet, sondern hätte zu einem anderen, seriöseren Film eher gepasst. Ja, also für mich die herausstellendste Szene, mit der ich am meisten Spaß habe und die auch, glaube ich, im Promotion-Material wirklich sehr häufig genutzt wurde, ist halt die im Krankenwagen, wenn der Kokainbär unter Einfluss von Drogen und unterlegt von Depeche Mode diesen Krankenwagen hinterherjagt. Das sind so Momente, die finde ich toll. Aber davon gab es dann letztlich für meinen Geschmack dann doch zu wenige. Und oftmals ist es auch so, wenn der Bär dann auf Menschen trifft, ist es oft sehr blutig. Dazu vielleicht später mehr. Aber meistens ist es dann auch wieder so das klassische Creature-Feature-Ding. Irgendwas zieht ein Typen oder eine Frau irgendwie unsichtbarerweise von links nach rechts und dann ist sie aus dem Bild weg. Und dann hört man Schrei und das war's. Und es ist mir ein bisschen zu wenig. Creature-Feature, ist das der professionelle Bezeichnung für das Genre? Genau. Wenn irgendwelche Tiere oder Bestien sich an Menschen vergreifen. Ich lerne so viel von dir. Ja, guck mal. Da habe ich nämlich auch eine große Kritik. Und zwar, wenn wir schon dieses Creature-Feature einwerfen hier. Mir hat total gefehlt, ich für meinen Teil, ich habe noch nie Koks genommen. Ich kenne es aus Klischee-Filmen, was Koks macht. Aber tatsächlich, der Bär hat sich für mich, wenn ich jetzt zu dem Creature-Feature komme, so verhalten, wie sich ein Creature in so einem Creature-Feature eben verhält. Also es war jetzt für mich, es wurde zwar öfter gesagt, ja, normalerweise greift ein Bär keinen an. Aber mir hätte am Anfang, ich hätte so gern irgendwie, man hätte ja so lustig Szenen reinschneiden können, wie sich denn der Mensch, hier, das ist ein normaler Mensch. So ist er, wenn er im Alltag, er ist Beamter, er ist langweilig, er geht abends nach Hause, guckt Netflix und schläft dabei ein. Das ist der langweilige Mensch, wenn er auf Koks ist. Er, keine Ahnung, er liebt alle, er dreht durch, er kuschelt. Das hätte mir irgendwie gefehlt, um zu zeigen, wie sich denn, was denn die genauen Eigenschaften eines Koks nehmenden Wesens sind. Also für mich hätte das auch einfach nur ein wilder Bär sein können, jetzt ganz doof gesagt. Und stattdessen haben wir am Anfang diese Title Card, die sagt, ja, wenn ein Bär kommt, musst du dich hinlegen und dann ist die Chance, dass Überlebens höher, das ist ja kein Spoiler, das sind in den ersten Sekunden des Films. Und das ist völlig irrelevant für den Film. Also warum stand das da? Und warum stand da nicht, was Koks macht? Das hätte ich geändert zum Beispiel. Also zum einen, liebe Schlöger, muss ich jetzt mal klug scheißen, das gilt bei Grizzlies. Es wird aber auch in den Title Card dann festgestellt, bei Schwarzbären soll man auf Angriff gehen, weil die halt im Gegensatz zu gebrauen werden, weil Grizzlies kein territoriales Verhalten haben. Ja, okay, aber was nützt uns diese Info? Die wird doch im Film gar nicht verwendet. Und ich glaube tatsächlich, dass das einfach nur gemacht worden ist als Gag, weil wir dann relativ schnell erfahren, dass diese Info von der Quelle Wikipedia ist. Ich glaube, also so habe ich es für mich verstanden, es ist so ein kleiner Gag, den sie gemacht haben. Also der hat bei mir nicht funktioniert, auch ich, weil für mich ist Wikipedia halt eine valide Quelle. Also klar, da kann jeder reinschreiben, aber es wird halt, das habe ich benutzt in der Schule, weil es dann doch eben überwacht wird. Ich finde den Gag, Wikipedia ist keine Quelle, da hätte ich eher reingeschrieben, Quelle Internet oder Quelle gutefrage.net oder so. Aber Wikipedia ist für mich dann doch zu seriös. Und du hast ja schon... Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also wir sehen ja ganz am Anfang diesen Piloten, nenne ich es mal, der dieses Kokain abwirft. Und der ist ja auf Droge, der ist ja wirklich so, wie man sich so einen Kokain-Typen vorstellt, total auf 120 Energie. Und der Bär ist halt einfach nur so, der tötet halt einfach Leute und ist hinter dem Koks her. Aber ich finde auch, da hätte man mehr draus machen können. Also es gibt schon Szenen, wo man merkt, so verhält sich ein Bär wahrscheinlich nicht. Also dass er sich da so... Das sieht man, glaube ich, auch im Trailer, oder? Dass er so ein bisschen kuschelig wird. Ja, aber das ist ja auch so... Das ist halt auch so eine Sache, das kommt so plötzlich. Und vor allem, es ist so eine Figur, passiert das, die, ich würde mal sagen, schon eher auf der sympathischen Seite... Du meinst Han Solo. Alden Ehrenreich. Genau, dieser Film war für mich das, ich habe keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt, aber das ist doch der aus dem anderen Film da. Und das ist der aus dem Machen-Solo-Solo-Film. Genau. Ja. Also der Bär... Wie soll ich sagen? Ich finde sein Benehmen schon irgendwie ziemlich diffus. Aber okay, Drogen halt. Aber ich glaube, man hätte da schon ein bisschen mehr draus rausholen können. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, wie dieser Film verkauft worden ist. Nämlich einfach bei einem Pitch-Meeting bei Universal. Pass auf, Bär nimmt Koks, tötet Leute im Wald, und das ist es. Und man muss auch sagen, die Marketingabteilung hat da auch relativ gute Arbeit geleistet, denn in meinem Bekanntenkreis gab es selten einen Film, der so ähnlich erwartet wurde, wie der Koka-Ir-In-Beer, weil halt die Leute diese Szenen vorab gesehen haben. Und das schade, oder für mich das schade ist, halt einfach, diese Szenen sind gut, aber innerhalb des Films kommt dann nichts weiteres mehr. Nichts mehr, was es toppt oder auch nur annähernd von meiner Seite oder von meiner Perspektive daran heranreicht. Ich saß halt da 90 Minuten, das ist eine Wohltat, mal einen so kurzen Film zu sehen, aber ich saß da die meiste Zeit und hab mich nicht gelangweilt, aber irgendwie immer darauf gewartet, dass jetzt irgendwann mal was passiert, was mich so richtig abholt, aber es passierte leider nicht. Ja, also die Jugendlichen zum Beispiel, die fand ich sehr unterhaltsam, was die gemacht haben. Es hätte ein bisschen weniger gegroundet, einfach vielleicht bescheuerter sein müssen. Was irgendwie blöd ist, sowas zu sagen, dass man sagt, ich hätte gern weniger Qualität und mehr Quatsch, bitte. Und die Jugendlichen, die waren so schön. Die haben echt viele gute Szenen gehabt, fand ich. Was ich auch ein bisschen schwach fand, wir haben ja schon gesagt, dass da sehr viele Grüppchen unterwegs sind. Und das erzeugt ein Narrativ, was sehr episodenhaft ist. Ich hab mich manchmal sogar ein bisschen an eine Serie erinnert gefühlt, weil du hast dann so den Episodenstrang mit der Gruppe, dann haben die halt irgendwie ihre Erfahrungen mit den Kokainbeeren, dann hast du natürlich dann noch die Gruppe. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ja, nee, also ich fand das immer so, also mehr so ein narratives Gestolpere. Immer so, wenn ich dachte, okay, ich bin jetzt gerade in dieser einen Geschichte drin, kam dann die nächste. Und die meisten Figuren fand ich, da war auch relativ offensichtlich, dass das letztlich auch nur Bärenfutter ist. Also mir war relativ klar, dass es da Figuren gibt, die werden den Film zu 90 Prozent überleben. Und es gab Figuren, da war relativ klar so tot. Ja, da muss ich jetzt an Jesse Tyler Ferguson denken, den Namen habe ich nachgeschlagen. Den ich nicht erkannt habe. Der Typ aus Modern Family, der mitspielt, den habe ich auch sehr spät erst erkannt. Und der fand ich leider, also ich mag ja Modern Family sehr gerne und ich mag auch Mitch sehr gerne. Genau. Aber er hat, ich fand leider, er hat total schlecht gespielt. Er hat eher, er hätte eher in dieses Trashige reingepasst. Also der war wirklich dann, da dachte ich kurz, oh Jesse, oh, da habe ich mich ein bisschen fremd geschämen, weil es mir so leid hat, weil ich ihn so gerne mochte. Aber interessant, weil den fand ich zum Beispiel echt ganz, ganz, ganz spaßig, weil er halt so überdreht gespielt hat. Ja, das passt ja zu diesem Trash-Ding, dass du hättest vielleicht weniger, mehr so Trash und alberne und hohle und flache Storys und Charaktere dir gewünscht. Ich hatte halt, ich wusste erst im Abspann, dass er mitspielt und musste dann durch überlegen, wen hat der denn gespielt? Ich bin nach Hause gefahren und diese Frage hat mein Hirn zermatert. Ich bin dann irgendwo auf den Auszug gegangen, hat der vielleicht den Bären vertont? Keine Ahnung. Und dann, nein, er spielte diesen, ich nenne es mal, diesen Parkranger oder dieser Umweltschützer, auf den Margot Martindale abfährt. Und ich kannte den Jesse Tyler Ferguson nur aus Modern Family. Ich auch. Und dieses Bild von ihm daraus hat sich so manifestiert. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss für den vielleicht einfach ein Riesenspaß gewesen sein, jetzt mal diese Ronde zu spielen, die ja komplett auf einer anderen Seite steht und auch wirklich komplett übertrieben ist und als Figur auch nur dafür existiert, halt übertrieben zu sein. Und irgendwie hatte ich mit der Figur noch mit am meisten Spaß. Ja, das waren für mich die Jugendlichen. Die haben mich erfreut. Nee, Jugendliche sind scheiße, die sind jung. Junge Leute sind... Lieber die alten Leute. Ich werde dieses Jahr 40. Ich muss mich schon dran gewöhnen. Ja. Aber wo alt? Der Film spielt ja in 80er Jahren und liebe Schlöcker, wir haben ja schon letztens den R besprochen. R. Ben Affleck, R. Und der ist ja auch in den 80er Jahren angesiedelt und ich fand, dass er die 80er Jahre ein bisschen mehr herausgestellt hat als Kokainbär. Oder hattest du das Gefühl, dass du, wenn es dir nicht am Anfang gesagt worden wäre, dass du wissen würdest, dass es spielt in den 80ern? Ich dachte, ich wusste, dass es eine wahre Geschichte ist mit den Bären und dachte, die ist gerade erst passiert. Deswegen hat es mich überrascht, als der Film dann plötzlich in den 80ern gespielt hat. Wie gesagt, ich gucke ja eigentlich, wenn es geht, keine Trailer und weiß dann möglichst wenig über den Film vorher. Deswegen war das schon mal so, oh, okay, er spielt in den 80ern. Man hat es ein bisschen an den Klamotten gesehen, aber nicht an allen. Also sage ich einfach mal, nein, ich glaube, das hätte man nicht unbedingt gemerkt. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Ich auch nicht. Also ich fand es sogar ganz angenehm, dass man so das in den 80ern spielen lässt, ohne dass einem dann alle fünf Minuten irgendwas auf die Augen geklatscht wird. Wie zum Beispiel, seht mal hier, das, was gab es in den 80ern? So dieser Kassettenrekorder. Es ist halt kein Stranger Things. Oder auch kein Air. Zumindest der Air Anfang. Genau, hört dazu den Air-Podcast. Mit euren Air-Phones. Okay, eine Sache, liebe Schlaufer. Ich bin ja, wie soll ich sagen, ich habe mir die große Ehre gehabt, jetzt in den letzten Wochen mit dir vermehrt Podcasts aufzunehmen. Einer besser als der andere. Was ich aber gelernt habe, ist, dass du nicht ganz so Fan bist von Horror, aber auch von Gewalt. Jetzt ist es ja so, es gibt ja durchaus ein paar brutalere Szenen im Kokain-Bären. War das etwas, wo du gesagt hast, das war ganz knapp, dass ich da weggeguckt habe? Oder war es für dich einfach so, das ist halt so übertrieben und überzeichnet, das hast du nicht ernst nehmen können, deswegen war es okay. Ich glaube, es war okay. Was ich an Horror nicht mag, ist die Spannung, dieses, dieses Klischeehafte von einem Jumpscare, wo ich dann wirklich im Sitz versinke und mir die Augen und Ohren und alles zuhalten möchte. Und wenn es wirklich, wirklich absurd brutal wird, also jetzt Heritageary zum Beispiel, solche Szenen, ich glaube, wenn ich das sage, wissen die, die das gesehen haben, welche Szenen ich meine, gegen Ende, an der Decke, ich sage, mit dem Klavier, okay, das kann ich gar nicht aushalten. Aber bei Kokain-Bär, ich glaube, ich habe mal kurz so ein paar Sekunden weggeschaut, aber es wäre nicht unbedingt nötig gewesen, weil es war so klamaukig und es war auch nicht gruselig, das war für mich eher ein Actionfilm sozusagen. Ja. Gibt es denn irgendeine menschliche Figur, wo dir das Ableben leidgetan hat? Hat der schwarze Polizeimensch überlebt? Okay, jetzt würden wir spoilern, aber es ist ja eine Spoilerfrage. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, okay. Oder wolltest du einfach nur ein Ja oder Nein hören? Nein, war mein Fehler, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Also stimmt, wo wir jetzt ums Überleben kommen, ich habe am Ende des Films gelernt, dass Ray Liotta tot ist. Das wusste ich zum Beispiel nicht, weil er im Abspann stand, gewidmet Ray Liotta, Liotta, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Liotta. Genau, also dessen Ableben, also es ist jetzt nicht ein großer Schauspieler, dessen Oeuvre ich verfolgt habe und vermissen werde, aber das wusste ich nicht. Nee, Ray Liotta ist mit Anfang 60 gestorben und Cocaine Bear ist sein letzter Film. Also es ist wirklich das letzte Mal, dass wir Ray Liotta auf der Leinwand sehen. Es ist in der Hinsicht traurig, weil es jetzt kein Film ist, wo ich sage, boah, das ist schon was Geiles, damit kann man abtreten, aber es ist halt ein Episodenfilm und der hat sehr viele Darstellerinnen. Ray Liotta ist sowas wie der, ich würde mal sagen, der Antagonist und ja, ist es traurig, dass er nicht mehr da ist, aber ich glaube, ich werde, wenn ich Bock auf Ray Liotta habe, dann eher Godfellas nochmal gucken als Cocaine Bear. Ich glaube, das sollte klar sein. Aber ich glaube auch, dass, wenn man auf so eine Art von Film Bock hat und mit ein paar Freunden dann unterwegs ist, kann man da echt eine gute Zeit im Kino haben und es könnte durchaus auch sein, dass das vielleicht so eine Art Partyfilm wird, vor allem, wenn man ihn zu Hause guckt im Freundeskreis und mit der einen oder anderen alkoholischen Flüssigkeit im Blut, dann macht der Film vermutlich sogar noch mehr Laune als wie im Kino mit einem Eimer Popcorn. Und während dann wieder die Menschen reden, an den langweiligen Szenen kann man ja dann auch labern nebenher. Also man hat immer ein bisschen Pause oder wenn wieder Kinder kommen, die Kinder, die so klug sind, die irgendwas Kluges machen. Ach, Kinder, furchtbar. Ja, es war in den 80ern waren die Kinder irgendwie total klug. Die mussten da immer, die hatten immer voll viele Ahnungen. Tja, was soll ich sagen? Ich war ein Kind in den 80ern. Stimmt, ich auch. Du aber auch. Ja, ich auch. Tja. Aber ich habe keinen Koks genommen. Was ich übrigens auch eine witzige Idee fand im Film. Das war tatsächlich das einzige Mal, wo ich wirklich richtig überrascht war. Also das kann man ja erzählen, es gibt eine Szene, in der Kinder Koks nehmen. Allerdings... Aber es wird nichts draus gemacht. Sie nehmen es und dann fertig. Ja, genau. Ja, okay. Warum haben wir das jetzt gesehen? Damit es später Ärger mit der Mutter gibt? Keine Ahnung. Das hätte man auch irgendwie überzeichnen können. Was rückblickend komisch ist, weil ich war letztens bei einem sehr guten Freund und der hat zwei Kinder. Die eine ist zehn und die jüngste ist vier. Und die Vierjährige hat irgendwie einen Zuckerschock gehabt, sage ich mal. Und ist halt in der Wohnung rumgetitscht. Holla. Deswegen fand ich es ein bisschen in Anführungszeichen unrealistisch, wie die Kids da auf die Droge Kokain reagiert haben, nämlich gar nicht. Oder es wurde weggeschnitten. Also da, wie sie darauf reagiert haben, haben wir einfach nicht gesehen. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie lang Koks anhält. Also hält es eine Stunde? Hält es fünf Stunden? Vor allem, die haben es ja auch nicht so eingenommen, wie man es einnehmen soll. Macht das einen Unterschied? Da braucht man auch mal eine Anleitung für die Leute, die keinen Koks nehmen. Oder bin ich der Einzige, wenn ich da keinen Koks genommen habe? Keine Ahnung. Da war ich schon ein bisschen verrückt. Liebe Stogger, verzeige nicht. Dafür gibt es die Kommentare. Wenn ihr wisst, wie man Kokain nimmt, dann schreibt uns das doch bitte in die Kommentare. Wie lang hält es? Wie isst man dann? Wie war es, als ihr als Kinder Kokain gegessen habt? Hashtag NoZivilverhandler. Okay. Eine Sache hätte ich noch, bevor wir zum Fazit gehen können. Und zwar, weißt du oder kennst du den Begriff Mockbuster? Ja, den kenne ich. Wunderbar. Das weiß ich. Queecher Queecher habe ich gelernt, Mockbuster weiß ich. Muss das erklärt werden? Erkläre es bitte. Ein Mockbuster ist, wenn, soweit ich das kenne, ist, dass man den Titel und das Cover eines Blockbusters faket, indem man wirklich ganz trashig so einen Buchstaben verändert, keine Ahnung, den wirklich in billigster Trash-Qualität nachträht, auf dem Flohmarkt anbietet und dann lebt man davon, dass Leute aus Versehen den Mockbuster kaufen, anstatt den Blockbuster, weil sie es nicht richtig hingeguckt haben. Das ist richtig, denn tatsächlich kommen jetzt schon die ersten Mockbuster zu Cocaine Bear oder was heißt, nicht Mockbuster, aber ja, Firmen wie Asylum, die halt eben jetzt versuchen, auch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Heroin Bear. Nein, aber es gibt Attack of the Meth Gator. Okay, ist das schon ein Mockbuster? Wäre das nicht wirklich sowas, was ganz nah ist da dran? Ja, das kann man glaube ich so sehen, wie man will, aber Cocaine Shark gibt es auch schon. Ja, okay, da müsste ich auch bitte vorher wissen, wie verhält sich ein Hai normalerweise und wie ist ein Cocaine Shark und was ist der Unterschied zu einem Creature Feature Hai, wie zum Beispiel der weiße Hai, den ich übrigens noch nicht gesehen habe, okay, deswegen Der weiße Hai, verstehst du? Koks, weiße? Ja, stimmt, der weiße Hai und das ist nur der unter der Nase weiße Hai. Dö, dö. Ja, ja, also Leute, wenn ihr euch für solche Filme interessiert, es könnte sein, dass ihr jetzt in den nächsten Monaten viele Sachen davon bekommt. Ich hätte auch ein paar Ideen, zum Beispiel die Anabolica Conda oder die Crack Conda wäre eine Idee. Also Asylum ruft uns an, wir sind zu Gesprächen bereit. Bevor wir aber mit Asylum reden, müssen wir noch mal kurz reden, liebe Schlogger, nämlich über das Fazit zu der Cocaine Bear. Oder aber, du hast doch irgendetwas, was du loswerden willst, außer deinem Fazit zu der Cocaine Bear, dann darfst du natürlich das jetzt loswerden. Ich hätte noch hier zwei, ah ja, ich kenne die aus was anderem Schauspieler, da spielt nämlich noch Isaiah Whitlock Jr. mit, den man aus The Wire kennt, der... Ey, ganz ehrlich, ohne Scheiß, das war die größte Enttäuschung für mich. Du kannst Isaiah Whitlock Jr. nicht in den Film reinbringen und ihn den Kopf spielen lassen und ihn kein einziges Mal She-i sagen. Den Namen musste ich auch nachgucken, so gut kenne ich mich dann mit dem Game of Thrones Lore auch nicht auswendig aus. Also kamen ein paar Leute, wo man dachte, ah, das ist doch der aus dem und der aus dem und dies aus das. Ja, und ich habe noch ein Funfact und zwar habe ich gerade gelesen, dass der Film bei den MTV Movie Awards 2023, ich wusste nicht, dass es weder MTV noch die MTV Movie Awards noch gibt, wurde der Bear als Best Willen nominiert. Ja, das sagt dann viel über diese Awards auch, die da vergeben wird. Okay. Ja, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass die Schlogger The Wire kennt, was ich ja famos finde, weil The Wire ist meine Lieblingsserie. Shit. Shit, genau. Auch eine Schlogger braucht hier einen Code. Also Code mit C-O-D-E, nicht, dass das hier falsch verschmissen ist. Code Bear. Genau. Okay. Gut, dann kommen wir mal zum Fazit. Schlogger, was sagst du zu Cocaine Bear? Wie läuft das dein Fazit? Boah, das finde ich echt schwierig, weil das ist so ein Film, je nach Laune, glaube ich, findet man den so oder so. Wenn man jetzt denkt, ich habe Bock auf einen geilen Trash-Film, dann ist er nicht so geil. Dann ist, den muss man auf jeden Fall nicht sehen. Ich finde, es gibt party-igere, ist das ein gutes Adjektiv? party-igere Filme. Aber er war kurzweilig, die Qualität war gut. Keine Ahnung, das Fazit ist echt schwierig, weil ich weiß nicht, je nach Zielgruppe könnte die den völlig unterschiedlich bewerten. Für den Hype, ich glaube, es ist kein krasser Hype-Film, das ist kein Kult-Film. Sowas wird er nicht werden, zu dem, was wahrscheinlich der Hype ihm machen wollte. Was gebe ich da? Würde ich wahrscheinlich zweieinhalb von vier geben. Schlechteste Skala ever. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also, der Bär ist auf Koks, der Film ist auf Hustensaft. Ich fand den jetzt nicht scheiße, ich war halt eher so ernüchtert. Also, der macht viele Sachen richtig, der macht viele Sachen verkehrt und insgesamt ist das so ein Film, der tut dir nicht weh, der hat seine starken Szenen, seine schwachen Szenen. Letztlich für mich ging ich mit so einer Art schon mit einem Schulterzucken aus dem Kino raus. Aber, ich kann nicht garantieren, dass ich den in drei, vier Jahren bei einem Freund sehen werde, mit einem Bier in der Hand und mehr Spaß haben werde. Das kann, also auf jeden Fall, es ist, ja, ich bin da, ich würde mich da dir anschließen. Zweieinhalb von vier, Koksbeutel, wie auch immer das Ding. Du wolltest einen Cocaine-Bär und du hast einen Coffee-Bär bekommen. Genau. Genau, ähm, ja. Es ist schwer, auch für mich ein Fazit zu fällen. Es ist ein, es ist ein okayer Film, nicht mehr, nicht weniger. Er hätte, er hätte richtig abgehen können, das tut er nicht. Er hätte richtig scheiße werden können, das tut er auch nicht. Es ist so ein bisschen so, er, ja, er steht so zwischen den Nasenlöchern. Es ist so, ja. Ja, er macht Spaß, hätte mehr Spaß machen können. Es ist wie so ein schlechtes, schlecht gestrecktes Koks. Genau. Und damit, unter alten Kokain-Weisheit, never get high on your own supply, verabschieden wir uns. Wenn ihr uns, äh, einen kommentieren wollt, wie man Koks nimmt, dann tut das bitte. Ihr findet uns unter anderem bei Spotify, bei YouTube, bei Apple Podcast, bei, vermutlich auch bei eurer, genau, vermutlich auch bei eurer Oma unter dem Sofa. Aber vor allem, gebt uns ab, auf www.tele-stammtisch.de, da findet ihr alle unsere Folgen und noch die ganzen anderen Sachen vom Tele-Stammtisch und ein paar Informationen zu unseren, äh, wertgeschätzten Kolleginnen und Kolleginnen. Ich glaube, du fehlst noch, liebe Schlogger. Kann man ja mal ändern. Ich würde sogar einen lieben Text für dich schreiben. Und, sage, danke fürs Zuhören da draußen und, äh, Schlogger Digge, wird das letzte Wort. Ja, ich darf am Ende nochmal kurz Werbung für mich machen. Schlogger ist mein Künstlername, denn ich bin Comiczeichnerin und Autorin. Ihr könnt Bücher von mir kaufen oder auf meiner Website einfach alles umsonst lesen, na nicht alles, aber ein paar Sachen, schlogger.de oder im schloggershop.de eintauchen. Ihr findet mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter unter thecocainebeerschlogger.de, ne Quatsch, unter theschlogger. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.